ich bin willkommen aus der folge bank ist und die team wie ein hühnchen auf den arsch aber ja zuerst mal sagen überspringen wir die begrüßung und beginne ein pokémon kam ich habe ein paar neue pokémon mitgenommen wie er noch nicht gesehen habt was ja ich glaube ich weiß freundlich so na gut zwei pokémon hier ja zwei kennt ihr schon und ein pokémon habe ich eine andere version mitgebracht die kleine schwester von der kampf beginnt und wir spielen diesmal nach den carlos regeln na gut also wir spielen immer nach den carlos regeln aber wir kämpfen gegen eine person aus carlos also mal gucken hier wird ha 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 das war genau das was ich gehofft habe leute na gut eigentlich hat er aber auch nichts was ist hier mit catch-em-all aufnehmen könnte catch-em-all catch wirklich roll ich glaube aber na gut hier erst mal gehen wir mit dem luxein rein das wird witzig er hat im gründer grund übrigens wieder selbst angebend musik zurückgerufen auch gut habe ich verlegen also es gibt ja nichts was das wirklich vor catch-em-all sicher ist catch-em-all hier alles ein das ist das sollte man ist jetzt vergiftet eventuell wir haben es wird jetzt hier noch mal geswitcht zu einem weiteren anderen pokémon weil dann aber ja es ist ja gut anders wird es auch keinen sinn machen somit x wenn ich mich nicht irre x auf jeden fall ein physisches kein psychisches so inferno das könnte rat werden ja ja wo es auch gut die hexen gegen mich das war manchmal so klar na gut der oblik ist drin so was er gerade gesehen habe war meine kamera die abgebrochen ist das war auf grund dessen dass die batterieleistung etwas geringer wurde das macht ja immer keine ahnung warum ist es jetzt sehr wichtig dass er kann ich auch noch behalten ich würde mich kurz so ich gebe ja raus und hoffen mal dass ja okay das hat funktioniert der wunschtraum war jetzt bestens platziert ja gut es fühlt sich das wie es hat fliegen es könnte krank werden aber dann wäre natürlich wieder so dass sie hier durch gift verletzt wir können jetzt noch ein schutzschild gehen und direkt am wunschtraum empfangen ich lieb catch-em-all und fern sollte gleich auch kaputt sein gut der schutzschild ist rausgehauen das ding setzt fliegen ein aber wir schützen uns selbst und der wunschtraum hat direkt eingeschlagen so dann sollte jetzt noch das kommen seit die verbrennung kommen und dann auch noch das toxin wo ich habe keine ahnung mit welcher reihenfolge das jetzt genau kommt gleich draußen so und egal was jetzt gemacht wird solches verkürzt machen wir noch einen wunschtraum gucken wir noch viel verbrennen die hex man diesmal mit mir ich nehme das mal als entschuldigung dafür dass wir gerade den burn bekommen haben so und das ist jetzt tot ja wir können ja eigentlich nicht wirklich viel mehr machen als warten bis das ding tut ist ja ich wollte einfach nur mal hier das andere set von nach tara zeigen als tank ist nach tara für sowas auch besser geeignet als 99 prozent der anderen gucken und die ähnliches können werden jetzt gleich noch mit ein ja das nächste punkt mal das reinkommen werden wir vergiften und dann gucken wir mal nach so ja dann wechseln wir raus weil das ist sehr langweilig einfach so zu warten ich mag ja oh das können wir doch nicht vergiften das ist stahl da müssen jetzt aufpassen also es kann auf jeden fall kein mega viel mehr werden aber das stahl ist stahlkampf wenn ich mich nicht irre würde es gar nicht schon mal ausfallen hex wird ebenfalls ausfallen hotwing wird auch aus um gott mein team ist einfach so brutal belastet in richtung von sich das zeug noch mal normal pokémon da habe ich gar nicht gedacht was habe ich mir wieder zusammengestellt sehr gut gehen wir mal gibt es da rein einschlag von einem normalen lag ja gut das denken wir sowieso war sogar noch ein volltreffer so ach ja das war der wunschtraum der habe ich komplett vergessen heißt dann wir haben hier leben ob drin haben wo gewalt was dafür sorgt dass er leben ob es da mehr schaden macht aber wir kein leben mehr durch neben ob verlieren und dass unser feuerschlag unser eissieb unser donnerschlag und unser steigungszieb mehr schaden machen ja ich weiß steigungszieb ist nutzlos aber für den fall dass da mal so viel kommt mit abschlag oder sowas habe ich einfach mal mitgenommen kann ich schaden dann können wir damit im notfall auf büsten aber da wir hier ein stark kampfbogen vor uns haben würde ich mal sagen gehen wir mit einem krassen donner schlag rein ona kampf das könnte eventuell mit an ja ja das hat gemattert aber hat die verteidigung ist gesunken eventuell ich weiß ich habe lucario robustheit je nachdem könnte das jetzt ein one hit werden denn er hatte keine robustheit lucario ist draußen leute everything is a greener auf so die welt hat das ist eine sogar recht schlechte entscheidung weil ich weiß nicht was das ist abgesehen davon das auf jeden fall über das sollten wir nicht unterschätzen das könnte ein tätiger fehler sein drachen stoß welt hat ist glaube ich zel oder bravo das war so klar na gut an der stelle denken wir gerade mit marke ipser noch einen schlag da können wir nicht mehr machen so gut nicht sofort sich und hier sein gesetzes hat uns direkt gewandelt na gut egal dann gehen wir jetzt jetzt schon rein wir sollten uns bieten und wenn die hexe ich absolut komplett gegen uns sind könnten wir jetzt noch ein toxin raushauen das die hexen gegen uns leute aber wir sollten den schmarotzer tanken weil sich sehr effektiv ist das finde ich für sich ist und so weiter halt so und dann können wir in dieser runde doch mal den schmarrer nicht schmarrer zahlen hier den toxin raushauen wenn wir sowieso schwarz bieten und wenn es jetzt noch mal hier nicht klappt warte ich nicht gut so da das wurde rausgekattet mal sehen wenn wir jetzt reingehen mit einem untergrundteil das telefon ist ein bisschen nervig war ist ja gut dann gehen wir mit einem wunsch traum rein so dass wir töten uns jetzt eventuell mal schauen keine reaktion da wird wohl überlegt ja jetzt der wunsch traum wurde raus gehauen aber wir werden hier mit sich nackt schützen entweder sterben wir jetzt oder sonstwas ja da kommen die unhalt schwingen wir sind tatsächlich noch am leben noch am leben ist aber kein weiteres oder wir sterben jetzt das kann natürlich auch sein ist mir egal wann wir sterben na gut sie nimmt sein glaubt ja doch nicht verbrannt aber wir haben dank dem wunsch traum jetzt ein switch zu einem nächsten viel das wird euch gefallen scarlett dieses pokémon hier ist soweit ich weiß auch dass ich natur pokémon von irgendeinem englischen youtuber und das ist so wie es ist der schmerz der schaden machen aber das kein problem das war als war kein switch aber der wunsch traum hat sich erfüllt und wir können jetzt reingehen mit einem sehr fiktiven felswurf der dank wer ist die wichtigkeit noch mal werte link jedes mal trifft weil sich jedes mal trifft sondern jetzt alle fünf steine trifft und die chance ist zum versuch das viel flincht weil wir dann noch ein schafzahn bei uns haben wobei aktuell und kriegst den flinch ja es hat den flinch bekommen und der vergifter gibt ihm jetzt den rest die vergifter klar die vergiftung gibt dem vier zum rest so und das ist eines der gründe warum scarlett in dem fall obwohl es so winzig klein und ja gut das eigentlich gar nicht brauche aber das auf jeden fall eines der gründe warum das hier das übelste piste ist so relax ich weiß nicht was meine fähigkeit hat dann weder das immunität oder sonst was aber ein lang gebrauch hier wird es wird machen ja so relax so soweit ich weiß physisch offensiv eines der defensivsten physischen pokémon wo es steckt ja stark so stark nachdem kommt dann das jetzt durch wenn sie durchkommen ist nicht durchgekommen genial so dann würde ich mal sagen gehen wir jetzt hier wieder für den felswurf die chance das jetzt trifft sollte bei ach komm 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 herr ball ja gut das hat natürlich gereicht und so dann mal gucken würde ich mal sagen gehen wir mit welches nehmen wir jetzt am besten wir gehen mit hat wegen irgendetwas sollte ich das vorn hätten könnte ich danach aus ich bin jetzt gewendet oder jawohl band je nachdem könnten wir doch noch was ausrichten ich weiß nicht wie wirkt sich ja ist die fähigkeit doch mal hier ruhe gewalt auf stutzflug aus das jetzt eigentlich das herauszufinden ja gut komm machen wir es einfach hier kommt der stutzflug gewähnte ja gut das hat gereicht und jetzt kann der moment kommt das schaden das punkt schaden als wirkt sich doch nicht darauf aus hat auf jeden fall gereicht so hat wegen ist auch ein extrem starkes pokémon reitschub reitschuh sollte aus spielen haben etwas gegen elektronik und bei uns sind jetzt schon herbe gedamaged weisings hier die attacke stützen wird es auf jeden fall nicht wandelten und wir sind gebändet das heißt wir können auch nicht eine andere attacke wechseln da würde ich sagen die ich zu nacht da rüber lasst das für sterben und bekommen dann fließt wird so dann jetzt schon mal stimmt jetzt wenn es dadurch nicht gibt das ist dadurch nicht mal gestorben das ist dadurch nicht mal gestorben und das ist warum ich es liebe es ist so extremsten und in seiner combo ist es einfach unglaublich stark mit diesem attacken setzt uns übrigens auf jeden fall so und da würde ich sagen gehe ich jetzt mit hex ein hex hat eine volltreffer quote von 100 prozent dann nehmen wir den schwertsanz mit ist jetzt stärker eine normale attacke sollte neutral sein ja und hat auch nicht wirklich gemeldet so doppelten schaden mit volltreffer 100 prozent so und das viehe ist hex weil es die hex für sich gewonnen hat und nach volltrefferquote kann kein anderer namen als hex haben es hat glückspilz da hat es noch das item schafklau oder wie das ding heißt und es wird zurückgerufen jetzt nicht spannend was noch mal das letzte vieh shinobi das war ja na gut aber mit einer volltrefferquote ja gut es hat gereicht es hat auf jeden fall gereicht und wenn wir dann noch eine high crit attacke einsetzen dann ja ist die volltrefferquote halt auch dementsprechend hoch da kann man recht wenig gegen machen ja gut dann geben wir die vier den graden stoß mit der letzten attacke nach die und dann wäre der kampf wie denke ich auch mal wieder gewonnen so oder schock wenn wir jetzt die paralyse bekommen könnte es noch witzig werden okay schade schade wäre noch witzige worten aber das war es dann mit diesem kampf so leute ich würde mal sagen wir sehen uns in dem nächsten kampf wieder oder der nächsten folge von einer teil je nachdem bis dann leute bis dann